Bevor du dein Geld willkürlich in irgendwelche Finanzprodukte investierst, die dir vielleicht hohe Renditen oder maximale Sicherheit versprechen, solltest du dir ein solides Grundwissen aneignen, um zu bewerten, ob diese Produkte überhaupt zu deinen Zielen passen. Das kann erstmal nach Arbeit und einem langen Weg klingen, doch in diesem Video zeige ich dir ein einfaches Konzept, um Geldanlagen grundsätzlich zu verstehen und deine passende Anlageform ganz einfach zu finden. Hi, ich bin übrigens John von Capitalix und ich möchte mit dir alle Themen zu persönlichen Finanzen und Investitionen auf diesem Channel teilen. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal und gib dem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. Aber lass uns starten. Die beste Geldanlage bringt uns eine hohe Rendite, das heißt ordentlich Gewinne, sie ist absolut sicher, wir können also keinen einzigen Cent verlieren und natürlich ist sie liquide, das heißt wir können sie jederzeit in bares Geld umwandeln. Das Problem an der Sache ist, es gibt keine einzige Geldanlage auf dieser Welt, die alle drei dieser Punkte erfüllt. Wir haben zwar eine große Auswahl an vielen verschiedenen Finanzprodukten, aber keine Anlageform kann dir einen optimalen Ertrag, maximale Sicherheit und jederzeit Zugriff gleichzeitig versprechen. Du musst dir also als erstes darüber bewusst werden, dass jede Geldanlage genau mit diesen drei Zielkonflikten konfrontiert ist und immer Kompromisse erfordert. Genau hier kommt das magische Dreieck der Geldanlage ins Spiel. Es ist keine Zauberei. Es ist ein einfaches Konzept, das dir zeigen soll, dass bei jeder Geldanlage drei grundsätzliche Ziele verfolgt werden können, die Rendite, die Sicherheit und die Verfügbarkeit, auch Liquidität genannt. Diese drei Faktoren stehen in einer Wechselbeziehung zueinander und beeinflussen sich stark gegenseitig. Doch letztendlich spiegeln sie auch deine finanziellen Ziele wieder und helfen dir bei der Auswahl der richtigen Geldanlage. Denn diese muss zu dir und deinem Leben passen. Schauen wir uns das einmal genau an. Du wirst mit deiner Geldanlage niemals alle drei Ziele gleichzeitig verfolgen und erreichen können. Für die Erreichung eines Ziels musst du Abstriche bei der Erreichung eines anderen Ziels in Kauf nehmen. Wenn du eine hohe Rendite erwirtschaften möchtest, so wirst du in einem Konflikt mit dem Faktor Sicherheit kommen. Denn in der Regel geht eine renditestarke Investition auch mit einem höheren Risiko des Kapitalverlusts ein. Auch sind höher rentierende Anlagen oft weniger liquide. Das bedeutet, dass es schwieriger sein kann, diese Anlagen schnell in Bargeld umzuwandeln, ohne dabei Geld zu verlieren, zum Beispiel durch hohe Gebühren. Das beste Beispiel für eine Anlage mit hohen Ertragsmöglichkeiten ist der Aktienmarkt. Einzelaktien können hohe Renditen bieten, sind aber auch mit einem hohen Risiko verbunden, da ihr Wert von vielen Faktoren abhängt und stark steigen und auch fallen kann. Wenn deine Geldanlage den Faktor der Sicherheit erfüllen soll, so wirst du Abstriche bei der Rendite in Kauf nehmen, da sichere Anlagen oftmals weniger Wachstumspotenzial bieten. Anlagen wie Tagesgeld- oder Festgeldkonten bieten feste Zinsen und sind bis zu einem gewissen Betrag durch die Einlagensicherungssysteme geschützt. Genauso gelten Anleihen von stabilen Regierungen wie Deutschland oder den USA als sehr sicher, da das Risiko eines Zahlungsausfalls sehr gering ist. Legst du Wert auf eine schnelle Verfügbarkeit deiner Investition, also Liquidität, wird es zu Lasten deiner Rendite gehen. Liquide Anlagen sind häufig konservativer und bieten weniger Wachstumspotenzial. Was zu einem Problem wird, wenn dein Ziel darin besteht, dein Vermögen wachsen zu lassen. Dieses einfache Konzept des magischen Dreiecks kann dir bei dem ersten Schritt helfen, ein besseres Verständnis zu erhalten, wie Investitionen grundlegend funktionieren. Es hilft dir also dabei, deine finanziellen Ziele zu definieren und eine eigene Anlagestrategie zu entwickeln. Überlege dir, welches Ziel des magischen Dreiecks für dich am wichtigsten ist. Wie viel Sicherheit brauchst du und welches Risiko ist für dich akzeptabel? Es geht aber nicht darum, dich auf einen einzelnen Aspekt wie Sicherheit, Rendite oder Liquidität zu beschränken. Vielmehr soll dieses Konzept dir aufzeigen, dass jede Geldanlage oder besser gesagt jedes Finanzprodukt eines dieser Ziele verfolgt. Mit diesem Wissen hast du nun den ersten Schritt für ein tieferes Verständnis von Investitionen gemacht. Dabei ist es nie ratsam, sein ganzes Geld in nur eine Anlageform zu stecken. Im nächsten Video schauen wir uns an, was es heißt ein Portfolio aufzubauen, das deine Investition auf verschiedene Anlagenformen verteilt, also zu diversifizieren und so Renditechancen zu erhöhen und das Risiko von Verlusten zu minimieren. In der Zwischenzeit empfehle ich dir mein Video über die ersten 5 Schritte einer Investition anzuschauen. Denk immer daran, spare klug, investiere weise und lebe glücklich. Bis dann, euer John.